Wer bist du? Florian Will. Wie alt bist du? 26 Jahre. Woher kommst du? Aus Motschenbach bei Kulmbach. Und warum wirst du heute von uns interviewt? Weil ich in zwei Wochen zum Priester geweiht werde. Was war denn dein Traumberuf als kleines Kind? Bestimmt nicht Priester, oder? Doch, eigentlich schon, seit ich sechs Jahre alt war. Dein liebstes Kirchenlied? Segne du Maria. Kannst du es kurz für uns anstimmen? Segne du Maria. Das muss reichen. Wie viele Paar Schuhe besitzt du? Fünf. Nehmen wir mal an, im Jahr 2063 wirst du Papst. Welchen Namen würdest du wählen? Christian Clemens. Wie lautet dein Primizspruch und warum? Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Das hat mich so durch mein ganzes Studium und durch mein ganzes Leben bisher gut begleitet und ist so eigentlich das Motto für meine Theologie. Wo siehst du dich in 20 Jahren? Hoffentlich in einer Pfarrei mit vielen netten Menschen. Dein liebstes fränkisches Wort? Fei. Was war auf dem Weg zur Priesterweihe die größte Hürde für dich? Von daheim weg zu gehen, von den Freunden, von der Familie und zu wissen, dass man nicht mehr so oft dort sein kann. Bei welcher Fernsehsendung wärst du gerne mal Kandidat? Wahrscheinlich wer wird Millionär. Dein Nummer eins Grund, Priester zu werden? Ich will näher bei Gott und bei den Menschen sein. Deine Leibspeise? Grießbrei. Lieber Stadt oder lieber Land? Ich glaube, ich bin ein Landkind, das gut in der Stadt leben kann. Willst du den Zuschauern, die bis jetzt zum Schluss durchgehalten haben, noch etwas sagen? Ja, schön, dass Sie zugehört haben und herzliche Einladung zur Priesterweihe. Feiern Sie mit. Vielen Dank. Gerne.